Was geht ab meiner Seafighter, Osir hier und heute werden wir im Legendary Summon Banner Summon von LR Bojack Normalerweise habe ich mir die 500 Stones, die ihr hier seht, aufgehoben, um natürlich einen traditionellen Summon LR Summon Stream zu machen mit 500 Stones, die das bei Goku Black gemacht haben, bei Trunks etc. Aber ja, RIP, mein PC ist immer noch nicht da, mein PC ist immer noch nicht fertig, bzw. hoffe ich darauf. Ich habe gerade Feedback geholt von den Dudes, die sich darum kümmern, sage ich mal. Heute wird es hoffentlich fertig sein, wenn nicht dann morgen. Meine Hände haben gezittert, ich konnte da nicht warten, ich konnte da echt keinen weiteren Tag warten. Ich wollte da auf jeden Fall noch Content für euch liefern, in dem Sinne heute, wenn ihr das hier anschaut. Und deswegen dachte ich mir, okay, komm, wir summen, ich kann nicht warten, die Hände zittert, deswegen legen wir direkt los. LR Banner, LR Banner, ja, LR Bojack ist der neue LR, wir wissen es, er ist gefeatured, aber mit ihm sind 14 weitere SR gefeatured. Heißt, die Rates sind bei um die 0,3%. Okay, das waren, glaube ich, 6 Pots, nice. Um die 0,3% für einen gefeatureten Charakter und für den nicht gefeatureten, ja, liegt das irgendwo bei 0,0 irgendwas. Und natürlich sind ja auch alle anderen LR drin, LR Margin, Vegeta, Margin, Vegeta, hehehe, Super Saiyan 3. Kurz, ich spreche gerade LR Margin, Vegeta an. Ja, ihr wisst, egal was wir ziehen, egal ob wir LR Bojack ziehen oder nicht, wir haben Margin, Vegeta, ja. An der Stelle nochmal ganz klar, zack, da kommt schon ein Vegeta. Ähm, waren wir stehen geblieben? Ja, es sind alle LR drin, wie gesagt, nicht gefeatured, aber dann natürlich Margin, Vegeta. Oh, Fake Bojack. By the way, diesen Bojack könnt ihr behalten, wenn ihr ihn auf SR bringt, gibt er für den LR Bojack 50% auf die SA. Beziehungsweise, ne, richtig, genau, dieser gibt 50%. Ich habe gerade überlegt, man kann ja nochmal awaken, aber der Awaken ist dann Full Power Bojack und der auf SSR Schadde ist das nicht. Deswegen, wenn ihr den Strength auf SR bringt, gibt er 50% für den Int-SSR Bojack, genau. Ah, genau, wo waren wir? Nicht gefeatured, LR Margin, Vegeta, Trunks, Gohan, Goku Black. Einer fehlt noch. GG, RIP. LR Margin, Vegeta, Trunks, Gohan, Goku Black, Broly natürlich, oh my dog. Broly und LR Margin sind natürlich nicht gefeatured hier drin, aber wir legen dann den Fokus auf LR Bojack. Er ist gefeatured, wir schauen, versuchen wir unser Glück. Und, ja, guck mal wie es läuft. Ich weiß auch nicht, wie Stones hier ausgehen werden, aber ich denke 250. Mal schauen, ob wir mit 250 da irgendwie wegkommen, irgendwas Geiles, beziehungsweise natürlich dann LR Bojack ziehen. Wäre cool. Ja, dann hätten wir alle LR, die es bis jetzt gibt, also. Das wäre wirklich atemberaubend, aber ich halte den Ball flach, auf jeden Fall, ich halte den Ball auf jeden Fall flach, lass euch sagen, genau. Ähm, denn, ja, er ist ein LR Banner, auch wenn er gefeatured ist, wissen wir, die Rates sind dennoch sehr, sehr, sehr gering. Ich habe auch gesehen, ja, viele von euch haben ihn gezogen, hat mich sehr gefreut. Das Singlesum zum Beispiel ist ja gedroppt. Finde mich sehr, sehr cool. Bei unserem Boy Chani beim dritten Single, ja, das ist geil, wenn sowas passiert, ist einfach nur geil. Und dann ist ein LR Pull nochmal wirklich umso geiler. Shoutout an Chaniok natürlich und nochmal Grades an den Pull da an der Stelle und natürlich auch an jeden anderen. Ich habe da echt viele Nachrichten bekommen, finde ich sehr, sehr cool, dass ihr da immer aktiv seid. Ähm, gucken wir mal, gucken wir mal, wie es bei OZERO ausgeht. Wie geht es bei uns aus, ja. Äh, in Sachen LR waren wir wirklich, vor allem bei den gefeatured Bänden, sehr, 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 hatten wir sehr, sehr Glück. Also ich jetzt, ich spreche jetzt für mich, wir haben da Trunks und Goku Black mit unter 500 Zons. Es geht so, ah, ich kenne seine Silhouette nicht, der ist neu. Deswegen habe ich kurz, dachte ich kurz, was ist das? Äh, kamen wir damit nicht mal, oh lol, wieder, mit nicht mal 500 Dragonstones weg und hatten den LR in der Tasche. Schauen wir mal, wie es bei Bojack abläuft. Schauen wir mal, wie es bei Bojack abläuft. Ähm, aber wie gesagt, Leute, wie gesagt, ja. Was ist die Antwort auf alles? Majin. Hahaha. Deswegen, deswegen, wenn wir rausgehen mit Bojack oder nicht. Egal, wir haben Majin, wie geht's, ja. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, ja, ja, hause du. Lars, tröste dich nur, tröste dich nur. Bojack, hast du dann trotzdem nicht. Gebe ich euch recht, gebe ich euch recht. Aber wir schauen mal, wie es hier abgeht, ja, wir schauen, was hier abgeht. Aber wir sind, ich glaube, wir sind hier, wir sind hier gerade... Wir rushen hier gerade durch, habe ich das Gefühl. Wir haben schon den dritten Mutti zusammen. Pfff, Rainbow, ach, leider kein Baseball im Herkno to the Right hatten wir an der Stelle. Wir haben auch gerade einen Dead Multi, ja. Passiert. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Ähm, wie ist es aber mit diesem Mutti zusammen aus? Wie sieht es mit diesem Mutti zusammen aus? By the way, Goku abhaut die auf wie ein oder andere. Ihr könnt ihn, by the way, auch behalten, auf SA10 bringen. Er hat ein Awakening bekommen, vielleicht braucht ihr ihn ein, äh, früher oder später. Aber, by the way, wenn euch das Video bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall, like da. Und, wenn ihr neu seid, meine Freunde, und euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall, bzw. drückt auf den Amo-Button und aktiviert die Aberglocke, damit ihr da auch ja nichts verpasst, ja. So wie es in den Sprüchen immer ist, so wie die Standardsprüche da sind. Anyway, zurück zu den Summons. Wir haben jetzt hier Nail, yes. Äh, in dem Mutti noch kein SR, schon, wie es weiter geht. Pui, Pui. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, PC. Diejenigen, die sich wissen, mein PC, mein Setup, wir sind gerade nicht im gewohnten Setup. Ich drehe das auf dem Macbook. Äh, Gott sei Dank läuft das heute ein bisschen besser, auf jeden Fall. Ähm, hoffentlich bleibt das auch so. Äh, PC, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass es heute fertig ist. Wenn nicht, weiß ich, ob der Osadu da noch ein Auge zudrücken könnte und auf morgen noch warten könnte, ja. Ihr wisst, wenn der Osadu hier gern Mond seht und dann sieht er einen Vollmond und kein SSR, dann wird er zum Osadu, ja, dann wird er zum Werfen. Zweiter Multisum. Pff, einfach dead. Gigi. Zweiter dead Multi. Ähm, ja, ich weiß, was du sagen soll. Wir haben jetzt nur literally ein SR gezogen. Aus drei Multisum. Na, das tut weh, das tut weh, auf jeden Fall. Aber es wäre immer cool, wenn ich 1 zu 1 stehe. Wäre immer top. Äh, bin Freund davon, heißt ja nicht. Pro Multisum quasi im Endeffekt rausgehe, als hätte ich Pro Multisum einen SSR gezogen. Bis jetzt müssten wir jetzt drei SSR ziehen, damit das der Fall wird. Schauen wir mal. Machen weiter mit Krillin. Okay. C19, Android 19. Wer, ah, Bu. Leul, ich dachte gerade, wer ist das, Bu? Okay. Bu, es ist Bill, Bido, Bido, okay, aus der Crew. Okay, wir brauchen eine... Goku, ah, okay, okay, kommt ihr die ganze Crew und dann der Anführer? Nee, wir wechseln einfach zu Sinchan Long. Und zu Mr. Satan, okay. Ey, aber sagt mir nicht, dass hier noch, dass hier wieder kein SSR kommt. Bitte, ich habe in letzter Zeit zu viele Dead Multis gezogen. Oh nein, dein Ernst? Oh, my dog, bitte. Was? Vierter Multisummon? Drei Dead Multis. Like, GG. Also, warum? By the way, höchste Anzahl an Dead Multis hintereinander war bei mir fünf Stück. Fünf Dead Multis beim Age of Golden Freezer Summon. Ich habe die aber nicht online gestellt, weil ich da total getriggert war. Das wollte ich euch nicht sehen lassen, aber... Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Pods. Again. Drei Dead Multis. Hör mir auf. Hör mir auf, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Bitte. Das wollen wir nicht. Bitte. Sack. Crack the screen or I will leave, man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Vierter Dead Multi. Vierter Dead Multi. Es ist dein Ernst? Wow. Brech mir den Rekord. Ich mache jetzt auf jeden Fall weiter. Ich höre jetzt nicht auf. Brech mir den Rekord. Von fünf Dead Multis hintereinander. Ja. Wir haben jetzt vier Dead Multis hintereinander gehabt. Ist es dein... Das ist doch... Ah, wisst du was? Margin. Margin, Margin. Ja, das ist so eins, zwei, drei. Wir hatten hier, by the way, sechs Pods Rainbow und sind hier rausgegangen mit Super Saiyan 1. Kein SSR! Shit. Also wirklich. Endlich. Aber, ja, nein, nein. Wir haben den Rekord nicht gebrochen. Wir haben den Rekord nicht gebrochen. Gokua poppt hier auf. Back at it again. Super Saiyan 2 Trunks. Okay, jetzt nur bei drei SSR. Oh, lol. Sorry. Okay, ja. Fake Bojack. Okay, vier SSR. Vegeta Blue zum zweiten Mal. Fünf SSR! Okay, jetzt spielen wir wieder eins zu eins. Jetzt spielen wir wieder eins zu eins. Richtig? Das ist glaube ich unser fünfter Multi. Oder unser sechster schon? Aber das ist ein geiler Multis haben wir jetzt, ne? Vier der Multis sind einander. Und jetzt poppen die SSR einer nach den anderen. Okay, das ist schon auf jeden Fall besser. Vier SSR. Let's go. Nice. Aber ich glaube... Ja, wir haben sechs Multi gemacht. Sechs Multis gemacht. Richtig? Ich denke schon. Aus diesen sechs haben wir fünf gezogen. Also diese Runde war nice. Diese Runde war nice. Auch wenn das mehr do weinen SSR sind, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ich nehm's trotzdem an, Mates. Ich nehm's trotzdem an. Oder an der Stelle... Keine Ahnung. Meine... Die Hände zittern. Die Hände wollen nicht loslassen. Ja, jetzt werden wir greedy. Jetzt werden wir greedy. Jetzt hauen wir glaube ich alles raus. Ja. Haken to the left. Let's go. Haken to the left. Jetzt muss ich ein bisschen motivierter klingen, weil... Let's go. Wir wollen es. Wir wollen es. Wir wollen hier was pullen, ne? Bis zuerst kommen wir hauen die fünf Minuten zu uns raus, ja. Ja, wir hauen sie raus. Komm. Es sei denn halt Bojack-Job wirklich literally davor. Aber... Wenn ich mich gefragt hab, ob ich Bo... Wie mein Gefühl war... Jetzt okay, jetzt sind wir schon mittendrin, aber ihr könnt die Jungs quasi fragen. Äh, also die Anski und so, Ichi. Ähm, ich hab gesagt, ich werd Bojack mit 500 Soans nicht ziehen. Ich weiß, ich hab's nicht im Gefühl bei Bojack. Keine Ahnung, frag mich nicht wieso. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was das so sagen soll. Ich glaub, Bojack und ich sind dann nicht auf einer Wellenlänge, wie wir hier merken. Aber sei's drum, denn wir wissen Majin, Leute, Majin. Aber die Dead Multis gehen legit direkt weiter, ja. Bojack hat da kein Erbarmen. Sie gehen weiter, sie gehen weiter. Lassen Sie auf! Ja, komm, drei Mutis, weg mit denen. Weg mit denen, weg mit denen. Dann habt ihr da ein schönes 500 Soans Video, sag ich mal. Ich glaub, ihr zieht das auch ganz damit. Ich weiß auch nicht, wie lange wir schon drin sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf Pots. Fünf Pots, fünf Pots, fünf Pots. Ah, let's go, let's go. Wie schießt ihr noch ein Wunder? So, Bossa, ich bin Sam nicht grad nur. Aber wir wollen hier natürlich was ziehen. Ja, ich kann es nicht leugnen. Wir wollen natürlich Bojack. Eller Bojack. Ich hab auch gar nicht mehr im Kopf, wer gefeatured ist und wer nicht. Pfff, let's go. Schauen wir einfach mal. C, 16. Ich glaub, wir hatten jetzt insgesamt fünf Dead Multis, wenn mich alles täuscht. Wenn ich richtig mitgezählt hab. Wird das noch ein weiterer? Oh, ich dachte schon. Die Silhouette war zu groß. Borgos, die Silhouette war zu groß. Ich dachte schon, was ist das? Aber ein Great Ape, nice. Nosado. Seah, Junior. Noch ein SSL, okay, cool. Also, Borgos meinte ich. Immerhin, immerhin. Ein SSL pro Mutisum, glaubt mir da. Das macht mein Kreislauf mit, ja. Wenn ich da keinen SSL sehe in einem Mutisum, dann denk ich mir auch. Okay, alles klar. Rip, Solo Queue. Anyways, zwei letzten Mutisum und ja, wie gesagt, Leute. Also, ich hab da überhaupt keine Hoffnung. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber ich hab schon im Voraus schon ein Gefühl davor, dass ich Bojack nicht ziehe. Keine Ahnung warum. Also, frag mich nicht. Ich weiß nicht, okay? GG, okay. Ähm, aber soll das heißt? Oh. Crack the stream, bitte. Wenigstens ein SSL. Ich kann das Mutis nicht mehr sehen. Oh, nice. Bye, guys. Oh, bye, guys ist immer so eine Sache. Oh, dieser Goku ertäuscht mich die ganze Zeit mit Bojack. Äh, ja, jetzt hab ich ein bisschen Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, hab ich jetzt ein bisschen Hoffnung, ne? Ähm, das ist natürlich nicht LR Bojack. Das ist natürlich nicht LR Bojack. Aber, dass der dann kommt. Aber der ist gefeatured, bin ich mir sicher. Shit. Schiet. Knapp daneben ist auch vorbei. Ähm. Ob das noch heißt, dass ihr zurückkommt in dem Summon? Ich will mal jetzt euch nicht viel zu viel Hoffnung machen, aber ich würde sagen... Oh, lol. Oldschool Vegeta, okay. Ich würde eigentlich sagen, ja. Aber gehen Ende dann, ja? Bevor das Banner endet. Weil ich, ich hätte eigentlich echt Bock auf den Stream mit euch, mit 500 Stones, dass die da reingehen. Und eventuell holen wir noch da weitere 500 Stones. Oh! Die Migra, total random, nicht gefeatured. Der Vegeta da vor Augen. Aber es sind drei SSR, wow. Cool, drei SSR, nehme ich auf jeden Fall an. Aber wir nähern uns dann schon dem letzten Mutti Sum. Das ist unser neuerter Mutti Sum. Ne, jetzt kommt, ja, das war unser neuerter. Jetzt kommt der zehnte. Jetzt bin ich halt echt gespannt, ne? Zehn Mutti Sum bei einem LR Banner. Wir sind bis jetzt immer ganz gut rausgegangen aus den LR Bannern. Ja, aber ich hatte im Vorausgefühl schon, ja, mit Bojack wird das nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir drücken einfach den Button. Let's go. Wir betätigen einfach den Button und schauen mal, was wir aus dem letzten Mutti Summon bekommen. Wird das ein Happy End? Ja oder nein? Unter in die Kommentare mit euch. Uuuuh, mysteriös, mysteriös. Was sagt ihr? Ja, wir ziehen ihn. Nein, wir ziehen ihn nicht. Nicht schummeln. Let's go. Wir verwandeln uns in den Super Saiyan. Wir verwandeln uns in den Super Saiyan 1. Zwei. Komm schon, drei. Uuuuh, ja, ein SSR wird es auf jeden Fall. Hahaha. Jetzt ist die Frage, jetzt wird es echt spannend gemacht. Uns wird es echt spannend gemacht. Ein SSR haben wir in dem Mutti Sum mindestens. Ist das LR Bojack? Ja oder nein? Okay, tschauzu. Okay, okay, es wird spannend. Botamo. Krillin, Krillin, Krillin. Okay, es wird halt echt total spannend. Verdammt, ich kann es nicht mehr aushalten. Was kommt da? Nein, wird es echt der Letzte? Es ist der Letzte, wieso? Oh mein Gott, es ist literal der Letzte. Komm schon, was jobbt ihr? Was? Einfach so, Majin Fatbu. Out of nowhere. Wirklich der Allerletzte. Er war auch noch so breit, ein bisschen wie Bojack. Ich dachte schon, was ist es denn wirklich? Aber nein. Anyways, Leute. Wie gesagt, wie gesagt. Ich hatte es eben. Also, ich lasse mich da nicht wundern. Beziehungsweise, ja, ist natürlich schade. Ist natürlich schade. LR Bojack, ein LR. Ich will da nicht zu greedy sein, denn die Antwort liegt ganz klar hier. Majin, wie geht's da? Die Antwort ist Majin, Majin. Nein, Spaß. Wenn ich ehrlich sein müsste, hat das natürlich weh getan, ja. Zähnmüt ist dann kein LR Bojack, aber ich meine, ich hatte es eh schon so im Hinterkopf, dass wir da ohne LR Bojack rausgehen, beziehungsweise sind da die Rates natürlich ganz, ganz schlecht bei so einem LR Banner. Ich würde auf jeden Fall niemanden empfehlen, außer diejenigen, die da LR jagen, so wie ich. Dann könnt ihr natürlich rein, das ist die beste Chance, euch noch LR Bojack zu holen, aber allen anderen rate ich einfach nicht davon ab und rate immer noch dazu, für Tag Vegetto Blue und Rosé zu farmen. Eure Stones. Ansonsten, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal mit Bojack Fragezeichen. Schauen wir mal. NOS, Leute. Schönen Tage. Peace.